Das war bei meinen Eltern schon so, dass sich halt einmal was ändert, was man geplant hat. Und das Neue erbahnt sich seinen Weg. Weil es jemanden gibt, der Visionen greifen kann und sich aufs Gleis bringt, der anderen die Komfortzone überlässt und der weiß, dass jeder Wandel in Neuland führt. Durch, dass ich aus einer Unternehmerfamilie gekommen bin, sind für mich halt viele Dinge schon immer so gewesen. Das war bei meinen Eltern schon so, dass sich halt einmal was ändert, was man geplant hat. Und das ist jetzt auch so. Aber ich bin schon der Meinung, dass man, wenn man die Motivation hat, die richtige Idee hat und das Herzblut dafür hat, sich auch dafür entscheiden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017